Musik Sag einmal, wollt's mit Papierln? Was bist denn so grantig? Na hörst, Altpapier und Kartons gehören in den roten Sammelbehälter, aber zusammenfalten vorher und wenn's zu groß ist, zum Mistplatz und die Klebebänder wegreißen, wenn's leicht geht. Oh, das hast du schön gesagt, Otoni. Sicher, weil wenn mir, wer eine Papierleine hat, sicher rot, wird der Deckel vom Altpapiersammelbehälter. Ja, Papier ist nicht so geduldig. Pass auf, mehr als 100.000 Tonnen Altpapier und Kartonagen werden jedes Jahr in Wien gesammelt. Ein Großteil davon wird recycelt. Zuerst wird Brei daraus, dann wird von der Druckerfarbe befreit, die Fasern werden getrocknet und schließlich wird daraus neues Papier. Von der Druckerfarbe befreit? Irgendwie schade. Was hast du denn da? Ein Artikel über die 48er, mit einem Foto von mir. Ach so, na dann kriegst du das ausnahmsweise für deinen Mann, Kastl. Hörst du, dank der Peter. Aber sonst bitte trennen. Also eine Tone Recyclingpapier, Sparzt gegenüber einem Frischfaserpapier, 300 Kilogramm CO2. Das ist so viel, wie ein Auto ausstößt, ab 2000 Kilometer, da könnte man 15 Mal rund um Wien fahren. Also bitte trennen. Fürs Klima. Sehr richtig. Für kent ist kent. Ja, ja.